hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren folge so ich habe ja schon mal was rausgesucht hier orden des sturms in taten enttarn und eliminiere den orden des sturms wir haben noch ein bisschen was hier zu tun und zwar ist der eine in dieser komischen olorius festung wo immer die ist hier ist die festung und hier ist der komische hier bis der schäbige lass uns mal den erst mal killen dann werden wir uns um die festung kümmern und den nächsten heinz niederstrecken ich weiß ja jetzt nicht ob der irgendwie da sichtbar ist war diese festung der wand war letztens gewesen sie ist ja nicht so einfach ziemlich groß die trotz ding denke mal wir werden jetzt die ganze folge damit zu tun haben inwiefern wir jetzt hier schon beim kapitel abschluss waren oder nicht keine art und kann ich nicht sagen wir sollen auf jeden fall nach hause zurückkehren und eber töten dann muss ich mal gucken da muss schon mal gucken aber jetzt machen wir erst mal den söldner den söldner der uns hier noch auf der schliche ist ich gucke mal kurz damit denn jetzt als inventar dann wir dann jetzt hier an wir haben ja ja nicht an so ok wir legen das erst mal wieder an dann hatten wir hier glaube ich schwert nee hier hat nur den den sparen den hier wo wir haben hier noch was anderes gekriegt nach jägerschaden das mit ihr überhaupt so und hier kommt damit schwert das haben wir noch alles an ihr ja ja hier können wir mal diesen spät dann an gut würde ich sagen da ist er der alleine lass mal nacht werden ja das war schon ganz schön was gewesen vorhin in der anderen folgen in den anderen beiden folgen kampf gegen den orkanen behutsamen leben wo will denn der jetzt hin noch hast du mich nicht besiegt noch nicht das hast da hast du recht aber jetzt noch mehr vom orkan entsandte söldner muss ein hohes kopfgeld sein okay so und dann wollen wir mal gucken das wird mehrere quest angenommen das sind jetzt hier noch an quest ach du scheiße hier sind noch mehr von denen wir werden gut zu tun haben da vorne ist er okay der ist auch in der festung sie werden alle sterben so machen wir erst mal hier ich überlege ob ich das so mache dass ich dann vielleicht zwischendurch wenn ich ein paar gekillt habe einfach wieder was ist denn das denn da noch für eine aufgabe die mich da durchlunzt achso das ist der die gegend wird gut bewacht ich gehe mal hier in deckung uhr ich gehe mal hier in della ich gehe mal hier in der die frage ist wohl ist er jetzt der olle komische älteste finden wir den auf die schnelle ich werde jetzt erstmal inventory wir werden erstmal den neuen komischen schäfte aus sehr gut der war schon mal nicht ok brennt man nieder damit ich hier sehr gut komm ich hier durch ohne das war's für dich da hinten rinnt noch einer rum ist er hingefallen sehr gut schön das adrenalin hält es seiner nähe ok ein eindringling hoch mit ihr mensch ja jetzt gehörst du mir mir sind es eigentlich zu viele leute hier Ich finde raus, was das war. Was? Wer auch immer da pfeift, hör auf, verdammt! Was? Okay, ähm, das hätten wir schon mal, aber... Wir könnten versuchen... Ich probiere einfach mal... Ich bin ja == Ja Du stehst das gleich, was mein Name ein? Irgendwann müssen dem Orkan die Söldner ausgehen. Ich glaube, ich gehe erstmal stiften, wa? Ich komme auch gleich wieder, bin dann mal weg. Nullo ist runter da mit dir. Das ist ein Ditch schon wieder für ihn, er da. Hä? Achso. Verdammt, ich habe die falsche... Da fehlt... Ach, da war noch einer. Wo ist denn... Ist der Kultist noch in der Nähe? Ältesten Hinweis in der Nähe. Da war was. So, gucken wir mal nach. Enthüllen. Die Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. Oh, das gibt eine Galleonsfigur. Kopf des Eindrucksvollen. Segel. Der Wind peitschte über sein Gesicht, sein Bart weiß von Meeressalz. Nestor brüllte seinen Siegesschrei in den Sturm hinein. Noch ein vernichtender Gegner sank in die tiefen, dunklen Wellen der Ägäis. Nestor hatte seine gesamte Jugend damit verbracht, die Ozeane der griechischen Welt unsicher zu machen. Doch mit jedem Sieg verlor er einen Teil seiner Gefühle. Er sprach, ne, da sprach der Orkan zu ihm vom Ruhm der griechischen Kriegsschiffe und von den Plänen des Ordens. Kein anderer ließ sich von ihnen so schnell überzeugen wie er. Okay. Verdammt, die... Was ist denn, Louis? Louis konnte wieder nichts machen hier, er ist doch zum Kotzen. Ja! Hier findest du den Tod. 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 Strom! Hier findest du den Tod. Hier findest du den Tod. so seltener hinweis alles klar haben wir dann seltener mehr ausgeschalten so 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 dann lassen mir mal kurz den kopf zu bezahlen wo ist er da ist er das heißt also wir tülen mal kurz vorsichtig niemand darf mich sehen alles gut alles gut eine karte wollte dann ziehen wir mal doch überall in die schlacht und holen uns diesen besser freunde ja sondern liefern sieht das lief doch ganz gut das mal pinkel zu viel kaffee sagte er und trank noch ein ach das läuft super ja das läuft richtig gut hat gut funktionieren mit die ganzen elite kämpfer da gerade da oben wenn wir eigentlich wenn die da die anderen nicht gekommen wären vielleicht hätte man drumherum so jetzt sagt mal alles clean machen können und dann noch mal rinspringen da bereit segel zu setzen kapitän du bist zurück joo barney barna bass basilius kennt ihr nene witcher blatt in wein der ort letzte mal unterwegs von ihm mit dem kutter da oder was ernsthaft jetzt dachte da wäre so ein episches schiff so ein riesen schiff feste oder bereit wir von der seite kommen genau das ist etwas mehr fress fress mein feuer wir brauchen feuer späre bereit macht sie zu asche wer auf die sch- kein feuerpfeil spießt sie auf dann mal los lasst uns mal hier rock'n'rollen jetzt sind perser wieso ist das ein bord wir brauchen die wir brauchen ist er ist tot wir haben sie schafft was wir nicht ehrlich gewinnen können nehmen wir uns im geheimen die demokratie hat er die griechische welt träge und schwach werden lassen charismatische narren lenken den mob mit goldenen heilsversprechen und zogen die menge in ihren bann wie dumm das anliegen auch immer gewesen sein mag august wehrte sich dagegen und schlug aus den schatten heraus zu dann fand sie den ort nun vielmehr nun vielmehr fand der orden sie eine göttliche übereinkunft von zielen wir wollen die verfolgen und gucken mal auf die karte wo ist die alte die ist da in dem nester schaffen wir das noch na klar schaffen wir das noch wir löschen den orden der ältesten heute aus jedenfalls den zweig brennende schiffe diese dieser flammenwerfer ist nicht gerade der börner muss ich sagen nicht der börner okay weiß ich nicht kann ich jetzt nicht abgewinnen weil da einfach mal nicht wirklich schaden rüberkommt es sei denn wir können ihn noch aufrüsten auch hat man ja nicht guckt ich habe noch gar nicht geguckt haben wir das ding hier irgendwo klar hier war teil naja dann immer her damit jetzt haben wir ein bisschen mehr flammen schaden wir könnten mal gucken können wir hier noch irgendwas nach 200.000 das ist aber teuer so daten wir doch jetzt was schöne die kriegt hier haben wir das hier meist auf das segel des eindrucks vollen die abnutzung auf diesen segel segel zeugen davon dass sein schiffsführer lange zeit unbesiegt blieb und sein nachfolger eben ebenso oh wir haben hier wir müssen noch wir müssen noch ein bisschen was sammeln hier sind oder drei hier ist noch eindrunde besatzungs dinges bloß gut wird wird nur machen ach so ich wollte ja hier raus und dann die alten nieder metzeln schläft die die schläft sehr gut das war der einfachste tod bis jetzt entsende meine besten grüße an hartes haben sie schafft sehr gut sturmbezwinger jawohl neue trophäe so dann haben wir ja nur noch reden später haben wir 29 wir haben immer noch ein paar kommen wir der folge machen wir noch oder warte darauf dass sein vermächtnis fortgesetzt wird kommen die machen wir noch so sind die schweinebande die müssen doch hier irgendwo in der nähe sein säg hier irgendwo ein symbol da ist ein symbol ach hier oben die waren aber ein bisschen nah beieinander die bieten söldner kann das sein so langsam eben wie die wölfe da auf dem sack so wird aber bestimmt gleich gefunden da ist er auch die sind bete zusammen Also, wo bist du jetzt? Verdammt! Die müssen beide runterkommen! Die sind beide unten! Tödlicher Fehler, Freunde! Ach, ich hab ja kein Ding! Das war wohl der letzte! Das ging schnell! Das ging schnell! Gut, Freunde der Sonne, haben wir geschafft! Ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder! Bis dahin, halt! Die Wohren Steiff und... Tschülü-lü-lü.